Und dann Kinder kriegen. Alle bis auf das Dreifamilienhaus. So, das müssten alle gewesen sein. Die vier hier. Und die drei. Vier hier, ja. Reicht für acht. Du bist hungrig. Geh doch essen. Dein Haar zu Hause ist direkt nebenan. Okay. Bauarbeiter, Träger, noch mehr Bauarbeiter. Also Bauarbeiter haben sie jede Menge, aber sie kriegen das. Der Kriegsturm nicht fertig. So, da sind auch nicht mehr geworden. Ja, hier drüben ist wirklich wenig los. Deswegen kann man hier eigentlich alles angreifen und einreißen. So, Goldnuggets werden wieder eingelagert. Das ist sehr gut. So, 할�eni, jetzt Monitor. So, am younger, deinoru halt? So, meine Damen und Herren. So, mein Buch ist. Nictap es ist nur alle acht kinder da sein sind ja mittlerweile 56 einwohner davon sind 20 soldaten 19 männer 9 8 babys jede menge alfreds ich habe zwei pianis ich habe den gabelbart die war habe ich den live ich habe den träger der fahne ist trainiert werden kann auch die wege sind fertig wird noch das fitzchen hier und die da tischler mir mal wieder neun tische das dürfte wieder relativ schnell gehen so ist jetzt noch fünf oben drauf auch schuhe so holzfäller ja wer braucht schuhe ach so der geht immer zu dem weg weil es so ja ernsthaft ach er geht doch arbeiten gut sehr gut ich habe gold schwertkämpfer die können trainiert werden das wird nur viel warten genau dass die erwachsen werden wir machen schon hier so ein holz plus dass der holzfäller den goldschmied beliefert das ist auch gut du kannst trainiert werden so die letzten straßen werden gebaut ja jetzt wieder nur ein stein das heißt wenn der stein ist das nächste mal zurückkommt da wir wieder geschirr machen schuhe werden gemacht bübel sind da schwertkämpfer mit bier ausrüsten nächster schwertkämpfer mit bier ausrüsten nächster so da sind schon mal meine soldaten alle da jetzt bist du hier nur befreundet also ich habe hier acht bogenschützen ich habe von dir da oben keinen ausgewählt oder ich habe sieben bogenschützen und habe auch sieben ausgewählt ja ein schwertkämpfer und ja die ein speerkämpfer und jede menge schwertkämpfer so du bist hungrig dann ist du täpfern du bist ein schwertkämpfer und du bist ein schwertkämpfer wir müssen bogenschützen und um speerkämpfer ja noch drei schwertkämpfer sollte ich machen bevor wir angreifen dann wie gesagt holen wir uns von da unten gold damit habe ich auch keine probleme so fünf habe ich schon mal also zwei fehlen noch du bist bauarbeiter gell das heißt du wirst schon mal zum grundschaffter errichtest hier vor der kaserne wegweiser hier ist auch jetzt die bäume die werden nicht wirklich nachwachsen hier ist auch Gold haben wir noch ein bisschen, aber wie gesagt, wir holen uns dann. Das Gold von den Mayas, da kommen sie fast schon vor wie so ein spanischer Oberer, der Mayas ihr Gold klaut. Oh, die Gilden kommen vom Wald hier und holen Bier. Alles gut. Dann holen sie hoffentlich gleich noch Gold, dann bin ich zufrieden. Bin ich sehr zufrieden. Kriegsturm ist fertig. Und sogar schon einer, der den Kriegsturm besetzen soll. Und da kommen die Indianer. Na gut, machen wir noch einen Speerträger mehr. Und sehen, so wie die Indianer jetzt in ihren Tod wieder mal rennen. Mal die Indianer nicht klug angreifen. Sie greifen sogar hier drüben an. Nicht hier. Na gut. Ja gut. Ja gut. Ich würde mal sagen. Ja okay. Noch einen Wittlinger. Dann speichere ich mal hier. Über unseren aktuellen Save. Und dann Krieg. Das ist eine Wittlinger. Das ist eine Wittlinger.